Kölsch Jetzt habt ihr meinen Frutti Freidee hier aus Köln. Wenn ihr mal hier im Stadion seid, macht euch eine aufprobierte Currywurst. Mega, mega, mega gut. Ja, okay, Wurst. Jetzt sind wir mal im Stadion. Jetzt kommt nachher gleich VfB gegen den 1. FC Köln. Mega stolz hier zu sein. Essen war schon gut gewesen. Jetzt kommen gleich die Hymne. Ich hoffe, wir können alle mitsingen. Köln 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 Und hier ist ein Aboll, das Wiel, das ist ein Aboll, das ist ein Aboll. ZANG EN MUZIEK 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 Vielen Dank.